Ich wollte keinen Namen drücken und mir die Liederrolle geben oder so. Ich kann nicht rauskicken. Kannst du mir nicht den Lieder geben? Ich kann nicht rauskicken maximal, aber deine Rolle kann ich nicht verändern. Okay, okay. Fuck off, ey. Nee, mach auf keinen Druck. Also keinen Druck, ja, okay. Ist das herrlich gewesen. Dann können wir starten. Einfach auf keinen Druck gehen. Ja, jetzt haben wir nochmal. Achso, ja, super. Ich habe keine Ahnung, wie die Einstellung funktioniert. Äh, was nehmen wir denn? Das ist witzig. Also wer das malen muss, der tut mir leid. Ja, same bei mir. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, wenn das alle sagen. Dann kann das ja nur lustig werden. Ja. Ich gebe ihm meine größte Mühe. Was ich durch die Tränen noch sehen kann. Ja. Am Ende mal noch nicht auf Starten drücken. Du kannst nämlich dann noch einstellen, dass du das manuell machen kannst. Mit der Geschichte, okay? Oh Mann. Oh, ist das böse. Geht aber. Oh, wieso meine das? Welche war aber nochmal auf Rui? Grün. Grün. Grün auf Rui. Rui ist Rui. Doppelgrün. Wie soll ich das denn zeichnen, bitte? Oh, so wenig Zeit. Ja, sorry. Das stimmt. Aber ich wusste ja nicht, wie das mit den Einstellungen funktioniert. Aber schnell zeichnen, kleinen Picassos. Ein Rufluss war welche? Ich bin lila. Das ist der mit dem Ei auf dem Kopf. Ja. Verdammt. Das, also das hier, das muss ich von Rui gekriegt haben. Das kann ich nicht mehr ein. Also wer auch immer das geschrieben hat, tut mir jetzt schon leid. Ich habe aus Versehen hier das ganze, das ganze Blatt gefüllt mit Farbe und musste nochmal neu anfangen. Wenn es auch einfach erst zurück ging. Ja. Und erst mal fein wird. Das ist zu spät. Das habe ich vorhin gerade erklärt. Ja, ich habe mir zugehört. Ich muss den malen. Wie immer. Ich habe mein Bestes gegeben. Henrik, von dir hört man gar keinem Lachen. Mütest du dich immer? Nee. Ich habe es einfach nur am Schluss. Ich lache auch am Schluss. Ich lache auch am Schluss. Er lacht innerlich. Innerlich. Ich war fokussiert darauf zu zeichnen. Innerlich brennt dein Herz. Weil die Zeichnungen alle so schlecht sind. Okay. Gott. Er war ein Gelb. Immer ein. Er war orange. Orange? Ich denke mal, das ist gelb. Das ist immer ein. Ja, entweder ist es halt rot oder gelb. Ich bekomme noch gelb und das TMS. Wie bitte? Braun? Der Rest ist braun. Ja, leider. Okay. What the fuck? Was zum Himmels Willen soll ich... Ey, Gott. Was? Welche Farbe war Flui? Dunkelgrün. Okay. Alles gut. Ja, ich bin schnell vergesslich. Alles gut. Wir vergessen auch sehr schnell. Deswegen haben wir uns das aufgeschrieben. Bitte. Nein? Nice. Tunik, gehst du nächste Woche in Coinbase rein? Ja. Du musst noch Geld draufladen. Mh. Hm. Hm. Ich vermute so 50 Euro pro Aktie. Ja. Die möchte ich dir schon wieder was kaufen, ich kriege die Krise. Keiner. Ach verdammt, jetzt sind ja noch die falsche Phase. Hey! Ach, Rufus macht jetzt nur noch Instagram-Stories. Ja. Ich sehe die immer erst am Ende vom Stream. Das ist noch nichts zu Ende hier. Soll ich mir noch mal die Seele aus dem Leib lachen? Na klar. Aber ich muss nur noch einmal zeichnen, zum Glück. Ich muss noch Spimmer zeichnen, oder? Nee, du musst auch nur noch einmal zeichnen. Ach, ist das geil. Oh, fuck. Was? Fuck, what the fuck is this? Hä? Geil! Gott. Anna? 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 Der Anna kennt wahrscheinlich. Anna, der kennt doch keiner außer uns beiden. Ja, aber... Also doch, Anna kennt jeder, aber keiner außer uns beiden kennt jeder. Was? Ach Gott. Der ja. Okay, ich brauche die Farben von Flue, Rufus, Wilfau und Imo. Also, Rufus ist lila, Flue ist grün, Free ist blau. Okay. Kennt ihr alle die Champions League? Ja. Die Champions League. Die Champions League. Ich habe jetzt mir mal Sky gegönnt. Alles klar. Rufklar. Einfach mal so für einen Monat. Größtenteils wegen Formel 1. Boah, ganz schlecht anzugucken, die Champions League die Woche, oder? Ich bin gerade beim Malen, deswegen konzentriert. Ja, ich versuche ja Leute abzulenken, dass es noch lustiger wird. Ah. Warte. Ja, ich hoffe, dass es so ist. Das ist immer ansatzweise richtig. Also, was ich malen soll, ist mir eindeutig zu schwer. What the fuck ist das? Okay. Ähm. Was? Wer war nochmal gelb? Ja, ich. Imon. Ähm. Ja. Hier, Flue. Flue, nicht direkt starten, sondern da gibt es noch Einstellungen, irgendwie einen extra Tab, wo du einstellen kannst, dass du das manuell drückst und nicht, dass das automatisch geht. Hallo, Eva, hallo, äh, Twitch Uploader. Nur so als Info, Flue, ne? Hast du es gehört? Er hat gerade ein Mute, deswegen. Flue? Was? Es gibt jetzt so eine, es gibt da noch Optionen, wo du sagen kannst, äh, dass du das manuell machst. Ja, man, äh, Anzeigemodus manuell. Ja, und da gibt's noch was anderes, was heißt das? Da steht Vorlesen an, beziehungsweise aus. Ja, da kannst du anlassen und das andere. Und dann Ausstellungsablauf. Anfang? Ja, von Anfang, von Anfang, ja. Okay, ja. Und, äh, auf manuell geschalten. Dann kannst du es selber dann, äh, ausgestüben. So, es geht nicht. Also, Rufus. Flü verkackt, denn Doppelkill. Ah, fuck. Okay. Sorry. Kann ich nicht vorstellen, was da kommt. Alter, der Kackhausen. Das hab ich durchgekommen. Sorry. Doppelkill ist durchgekommen. Jawoll, Hendrik. Das ist schon wieder automatisch. Nein, nein, nein. Doch, das ist automatisch, oder? Nein, nein, ich drücke doch das. Du musst es nicht so schnell machen. Du musst es nicht so schnell machen. Wenn die Leute noch lachen, dann... Wenn sie noch lachen, lass sie lachen. Ich hab noch extra andere Farben genommen. Fuck. Huhu. Lol. Okay, das war ein Doppelkill, immerhin. Doppelkill von Flü und Rufus an Midna und Immun. Ja, gut. Pinkfeuer Techno, stimmt. Wenn ich sollte andere Farben nehmen. War mir zu schwarz und malen. Und Farben vergessen. Warum haben wir vergessen? Warum haben wir vergessen? Warum haben wir vergessen? Warum haben wir vergessen? Dann frag doch einfach nach. Hab ich doch aber... Das war zu schnell. Ja. Und der Doppelkill... Ja. Das ist Sensei. Das ist Sensei. Okay, ist nicht durchgekommen. Aber es lag zum Glück nicht an mir. Nee, Gott sei Dank auch nicht an mir. Gott sei Dank. An mir. Aber verkackt hat keiner mitbekommen, die Scheiße dort. Ja, die Scheiße dort. Okay, dann mach mal weiter. Ja. Das war noch gar nicht so... Achso, okay, weiß ich jetzt was da ist. Ja, das hab ich falsch gedeutet. Das hab ich schon weggekriegt. Seht ihr die extra lange Haare? Ja, danke. Pass auf, pass auf, was ich gedeutet hab. Ja, Mann! Ja, Mann! Sauber! Rufus! Ja, stark gemacht. Gutes Team. Du hast's gut erkannt. Ja, und ich hab's falsch erkannt. Jawoll! Hendrik hat's eigentlich genau erkannt. Perfekt. Ja. Ich hab's falsch erkannt. Ich hab draußen was Falsches gemacht. Immerhin verkackt. Ja. Immerhin verkackt halt selbst. Ja. Mist, alle verloren. 0-8 schon auch gut. Ach so, das klick liegt wirklich nicht. Immon hat alle Spiele in der Wincast. Naja, ist immerhin... Immon hat halt verkackt. Ob alles verliert oder verkackt, ist alles gleiche. Immon ist verkackt, ist durchgekommen. Ja. Immerhin ist bis zur dritten Stelle, vierten Stelle fast gekommen. Ja, das ist sehr... Immerhin ist rausgekommen, Immon hat verloren. Ja, genau. Immon hat halt verkackt. Ja, das stimmt. Man hat beim Fußball verkackt oder so. Ja. Oh, jetzt. Nicht Flo. Toni ist zu fett in den Elektrikenraum. Ah. Ah. Elektriken. Das musst du recht haben. Elektriken sind kleiner als einen Meter. Ja. So, das hab ich natürlich dann erraten. Rufus steht erstaunt bei Elektriken. Ja, Ilse. Ja, Ilse. Erstaunt. Du bist doch dabei. Ne, das sieht nicht dick aus. Wow. 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 Das ist gut. Ich hatte zu... Ja, okay. Hm? Rufus ist beeindruckt in Elektrikenraum. Voll innen? Ich hatte zuerst erstaunt sogar stehen, aber dann dachte ich mir, ist das wirklich erstaunt oder ist das beeindruckt? Ja. Das Fall ist sein. Wow. Es ist nur wow. Es ist nur wow. Wow. Also zu fett ist leider nicht durchgekommen. Aber da bin ich doch dick. Boni staunt über einen Hebel. Hör auf. Electricity. Das letzte Mal. Electricity. Ja, ist gut durchgekommen. GIF erstmal speichern. Ja, eigentlich. Die GIFs über dich selbst immer speichern. Elektrikel und ich bin immer noch drin. Beste Freunde. Wo ich bin, hab ich direkt mal nicht erkannt. Zum Glück. Emonio. Emonio. Wieso ist im schwarzen Bild ein Kackhaufen? Verkackt. Ja, weil er verkackt hat. Doppelkill. So, Freelancer. Freelancer. Flökick Trofos aus Gartik-Phone. Oh, aus Gartik-Phone? Oh. Das war Gartik-Phone? Kick. Ah, da oben ist Zeichen Gartik-Phone. Das ist schwierig zu erkennen. Ach, das ist Gartik-Phone, das Zeichen. Ach so. Der hat aber ganz schön lange Behnelt. Ja. Ja, das stimmt. Flökick Trofos. Ja, das hab ich dann malen müssen. Ich finde, ich hab gut gezeichnet. Das hab ich nicht erkannt, das ist Gartik-Phone. Ich hab gut gezeichnet, denk ich. Das ist Kicken? Ja, natürlich. Das ist weglaufen. Nee, das ist ausgestreckt. What the fuck? Das sieht man auch, dass ich weggekickt werde. Aber ich näher keinen... Nein, das ist auch krass, dass ich wegrenne von dir. Ja. Ja, gut, das stimmt, dass du nach links läufst. Aber es ist eigentlich der Tritt gemeint. Und durch diese Figuren... Flö killt Rufus und rennt weg. Ja. Ja, ja, ja. Ja, das war dann schlecht gezeichnet von mir. Genau, und das hab ich gekriegt, weil ich gedacht hab so, das ist perfekt. Das ist gut gemeint, Hendrik. Danke. 100 Punkte. Flö killt Rufus. Ja. Und rennt weg. Schade. Also was ist geblieben? Flö und Rufus. Also aus Kicken wurde killt. Ja, aus Flö... Kickt Rufus wird Flö killt Rufus. Ach so, ja. Das gleiche. Genau, ich denk mir ja immer das Schwierigste von allen aus. Zu viel gekickt. Ja, immer mit seinen schwierigen Dingern. Ein halbes Puzzle mit einem Pokalmutter. Das war natürlich schwierig. Gut zu wissen, dass das wohl der Ursprung war. Ja, genau. Das ist ja gut. Das sieht auch super aus am Anfang. Das ist echt schön gemalt. Das ist nicht durchgekommen. Das sag ich dir jetzt schon. Definitiv nicht durchgekommen. So, nicht Flo. Puzzle vom Pokal geht kaputt. Ja, okay. Das ist nicht durchgekommen. Was? 100% nicht durchgekommen. Das hab ich bekommen. Oh. Ich hab mir so ausgedacht. Was? Wie? Zerbrochener Pokalmutter. Das hab ich gemalt. Wie ein King. Was ist denn das? Das sieht aus wie zwei Engel. Das ist der Champions-Diet Pokal. Das ist der Champions-Diet Pokal. Das sieht aus wie zwei Engel. Das ist ein Champions-Diet Pokalmutter. Mit 100% nicht! 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 Ich hatte keine Ahnung, was das dastehen soll. Ich hab mir Mühe gekehlt. Also zumindest ist der Pokal durchgekommen. Aber immerhin Champions-Diet Pokal. Also Hendrik. Krass. Mal gucken, was du geschrieben hast. Flü spürt Betrug. Oh, der spürt. Ja. Spürt. Spürt. Okay. Oh, gut, dass das immerhin bekommen hat. Ja. Das ist einfach so geil. Aber guck mal, das ist ja echt gut durchgekommen. Ja, ich denke, ich hab... Flü beschwert sich, dass er betrogen wurde. Okay. Jetzt gleich nochmal das identische Bild. Ja, das ist das gleiche Bild. Betrug. Immerhin, Betrug kommt immer durch. Warte, das kommt richtig durch. Flü ruft Betrug. Oh, das hab ich bekommen. Das hab ich bekommen. Ich hab das sehr gut gezeichnet. Das Gesicht, oder? Das Gesicht. Das ist durchgekommen. Ja. Das ist echt durchgekommen. Das ist das erste, was... Du Betrug war wahrscheinlich vielfassig. Das ist eigentlich vielfassig. Das ist das erste, was durchgekommen ist. Nein. Das ist echt gut. Zwar von spürt zu ruft, aber es ist okay. Ja. Ich hab das, denke ich, gut gezeichnet mit dem Gesicht. Oh oh. So. Oh oh. Niemand hört auf nicht Flo in mein Mangel. Ja, okay. Das hab ich gefühlt. Das war echt schwierig zu zeichnen. Ja. Ja. Ja, und das hab ich gekriegt und ich hab das nicht richtig gedeutet. Hört mir zu. Das sieht eigentlich gut aus. Wo bin ich eigentlich? Bin ich tot? Niemand hat nicht Flo. Das ist auch gut gemacht. Immer noch so. Das ist aber auch das Gleiche. Ja. Ja. Hm. Aber es kam sicherlich nicht zu mir an. So, was ist das? Das bringt nichts mit eh keinem. Sehr viel Text. Gute Interpretation. Nö, das ist doch okay. Nicht Flo beschwert sich, dass ihm nichts zugehört wird. Das ist bisher auch gut durchgekommen. Ja. Hallo. Oh mein Gott. Ist das doch ein Penis oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hat Rufus geschrieben als entscheidende Person? Also ich hätt´s euer als Nase oder Penis interpretiert oder in Ehes Ohr. Das ist ein Mikrofon. Das ist ein Mikrofon. Das ist ein Mikrofon. Das ist kein Mikrofon. Das ist kein Mikrofon. Guck da bei Discord. Schau dir das Mikrofon an bei Freelancer. Das ist aber okay. Das ist anders als das Mikrofon. Nein. Ich hab gedacht, das ist eine Nase. So, jetzt drückst du auf keinen Druck. Und? Danke fürs Spielen. Bis zum nächsten Mal. Dann kannst du jetzt oben auf sechs Spieler stellen, wenn CMS raus ist. Oder rufst du eine neue Gruppe auf. Nee, du kannst einfach oben auf sechs Spieler stellen. Nee, das kann ich nicht. Ich kann nur erhöhen. Ach so, dann ist es auch okay, weil jemand braucht den Link, um hier reinzukommen. Und das hat niemand. Also können wir auch so weiterspielen. Also kein Druck. Aber du darfst auf keinen Druck machen, ja.